Mit dem Nissan Navara wurde 2016 einer der populärsten Pickups erneuert. Auf der Antriebseite wurde der Hubraum leicht reduziert. Zwei Leistungsstufen bis 190 PS werden angeboten. Im Vergleich zu den Mitbewerbern verfügt der Navara mit 450 Nm zu dem Drehmomentstärksten 4 cm. In Verbindung mit der relativ kurzen Gesamtübersetzung verfügt der Navara aus diesem Grund über immense Leistungsreserven als Zugfahrzeug. Das Fahrwerk beim Doppelkabiner wurde zugunsten des Komforts auf eine Mehrlenkerhinterachse umgestellt, die nicht mehr platt gefedert, sondern spiral gefedert zu Werke geht. sympte sympte пред Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.